Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Morgen aus heute spielen wir die Billiard-Mod. Das wird sehr spannend, sehr besonders. Das hatten wir noch nie. Lasst ein Like da. Viel Spaß. Abfahren. Wir sind eine Billiard-Kugel tatsächlich. Ich zeige euch das mal. Hier hat man Kö. Und man kann beispielsweise, wenn man jetzt so von nah an, kann man so ein bisschen, so ein bisschen angedauzt. Du kannst aber auch den richtig scheppern. So, dann scheppert man richtig los. Du kannst die Personen hitten. Wir versuchen das. Oh, Nieder hat das auch schon vor. Ich habe das so auch vor. Ey, nein. Und... Elina! Oh! Wenn man eine andere Person trifft, wird die auch zu einer Kugel. Hört auf mich zu mobben. Geht weg. Juge, wie Gabo gefetzt ist, Alter. Wäre Lust, wenn er das einfach wenden würde. Es gibt zwei... Mann, Gabo, du hast den Weg blockiert mit deinem dicken Kugelkörper, ey. Danke, Elina. Ehre. Man muss ganz normal die Task machen, kann aber nicht normal laufen. Der Imposter hat auch die Fähigkeit, das so zu machen. Ine, hast keine Faxen, bitte? Perfekt. Kann das auch machen. Der kann Taschen erstellen. Also so Billardtaschen, das heißt, das ist das Loch, wo man die Kugel reinscheppern muss. Berührt man so eine Tasche als Crewmate, ist man dead. Also das ist quasi die Möglichkeit, die Leute zu töten. Fulles Billardgame. Man darf nicht sabotieren, ist verboten. Weil, naja, ich sag mal, so jetzt schnell zu einem Reaktor zu kommen, könnte etwas kompliziert werden. Tasks sind auch reduziert. Also ist schon eine sehr besondere Runde. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefällt. Und abonniert auch, gerne. Viele haben nicht abonniert. Viele. Also holt das nach. Ich sehe das. So, wir sind jetzt bei Admin. Oh nein. Oh, zum Glück. Emergency. Lisa, wer hat denn da das Loch geplaced? Weiß nicht, das war schon da, wo ich gekommen bin. Da ist jemand vorbei. Das muss irgendeine helle Farbe mit gewesen sein. Irgendwas Richtung Blau oder so. Ja. Ich habe leider gar nichts gesehen, weil ich dann gestoppt habe. Um hellblau vielleicht, aber ich will niemanden beinfussten, aber das gibt es ja nur einmal hier. Es muss irgendeine grelle Farbe gewesen sein. Sag mir, wo. Ich war in Reaktor drin. Na gut, fassile Farbe. Lisa kam von oben und irgendwas Farbliches, was so relativ grell war, ist rechts, an meiner Sicht, von der Task vorbeigezogen und hat das Loch geplaced. Also, Lisa kam dann von oben rein, die kam das nicht geplaced. Ganz kurz an Ben und Elina. Ihr wisst selber, wie lange wir da rumgeeiert haben, um durch die Gangstatt zu gehen. Ich habe euch mit Absicht abgeschossen. Was? Ich habe dich so gehasst und so rumgenervt. Ich war gerade perfekt Richtung Navigation und dann kommt der. Du hast mich genervt. Wenn wir jetzt zusammenfassen, wer wo war, kriegen wir irgendwie das Ausflussprinzip raus. Ich wollte in Admin, habe einen 200 kmh Stoß gemacht und dann bin ich aber zurück in Cafeteria gefetzt. Okay, Jonas? Ich bin in Electrical. Ah, dann könntest du es sein. Ja, aber du wolltest sagen, ich bin was Farbliches. Äh, ich bin was Farbliches, genau. Weiß ist keine Farbe, Lisa. Warst du nicht in der Schule. Aber weißt du ja auch direkt. Okay, Bill und Laura, wo wart ihr? Ich war auch in Electrical. Kannst du das tun? Ja, ich auch. Äh, ja, Laura und... Von welcher Richtung kam wer? Können wir mal den wichtigsten fragen? Gambo, der hier High-Risk-Kandidat ist? Was? Warum? Ich war doch Navigation das Ganze am anderen Ende. Hä? Kannst du das jemand bestätigen? Wenn das jemand bestätigen. Das können Ben und Elina. Nee, ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ben! Also für eine Fuffi-Überweisung... Nee, aber ich kann es im Ernst nicht bestätigen. Ich weiß es nicht. Okay, Elina. Elina, das hast du doch bitte gesehen, oder? Also er ist am Anfang in die Richtung. Mann, Ben, mach doch die Klappe. Sorry, sorry, sorry. Achso, acht Sekunden. Wir waren mit Gambo in Cafeteria und dann sind wir... Er war wirklich bei Navigation, glaube ich. Ziemlich sehr. Glauben, wir es nicht wissen. Ich hab nicht... Ey, warum? Ich hab nicht... Warum sollen wir euch alle so krass beeinflussen, ey? Ich war der einzige Skipper hier. Ich wollte ja niemanden beeinflussen. Das ist jetzt eure Schuld. Microphone muted. Die sind... Die Wautner... Warum bin ich denn hier gelandet? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, ich muss immer noch zu Edwin. Wir machen einen Full-Sheper-Stoß. Okay, das ist allein am Reinfall. Kommen wir hier irgendwie... Hier so durch die Lücke. Weil wir müssen genau... Mit einem Lineal muss man das machen. So macht man das hier. Habt ihr mal so dieses 8-Pool gespielt? Bei ICQ oder so? Oder so bei so Browser-Games? Dann hält man immer ein Lineal an dem Monitor. So machen das die Profis. Wir müssen so ein bisschen vor. Genau. Und jetzt müssen wir... Jetzt so mittelstark. So würde ich schätzen. Boah, der ist so Golf-Profi, ey. Und jetzt? Warte, so ganz leichter. Aber schon zu stark. Jetzt hier so... Oh. Jetzt hier so rein. Ja, ja, ja. Und jetzt hier so... Ja, würde ich sagen... So. Ah, zu schwach. Aber wir haben es, Leute. Wir haben es. Perfekt. Use. Upload. Jawohl. Nächste Task. Erreicht das Gewerder. Äh, die Frage ist, was? Das Problem ist jetzt immer... Jetzt haben wir den halt... A&G-mäßig rausgewortet. Aber wir wissen ja gar nicht, ob er es überhaupt war. Wo muss ich hin? Storage. Okay, das Storage geht. Abfahrt. Oh, warte mal. Jetzt richtig. Passt auf. So weit weg, wie es geht. Oh Gott, ich habe die Option aufgemacht. Das war aber irgendwie auch verpackt. Lisa, Lisa, Lisa hat Laura riecht. Auch jetzt geht das wieder. Nein, ich habe Laura... Ich habe Laura in den Tod geschickt. Ja, ja. Du gibst das doch noch zu. Jonas hat das Loch platziert bei O2, wo Laura und ich drin waren, weil wir dann eine Task hatten. Das stimmt doch gar nicht. Und dann, wir wären eh nicht rausgekommen und dann habe ich Laura so einen kleinen Kick gegeben. Und dann ist die in das Loch nicht gestorben. Die Hunger war es. Kannibalismus, ey. Jetzt stellst du das so da an. Also ja, ich habe theoretisch Laura umgebracht, aber Jonas hat das Loch platziert. Na, Lisa, aber ich bin eher dich irgendwie, Sas, weil du warst mit mir beim Loch. Vielleicht hast du das Loch doch platziert. Hey, du warst doch jetzt gerade gar nicht in der Nähe. Nein, war in der ersten Runde, meinst du? Nein, war in der ersten Runde, meinst du? Nein, war in der ersten Runde, meinst du? In der ersten Runde, meinst du? Das passt ja perfekt mit ihm zusammen mit der grellen Farbe. Oh je, dann... Jonas, war da unten in den Elektroclin. Ja, ich war in Elektroclin. Ich bin jetzt verwerflich. Ich finde, das wäre auch mit das, was der Liga rauskommt und danach Jonas. Na, lass doch mal kurz überlegen. Als ob ich mir so schnell diese Story ausdenke, dass ich auch noch auf die Idee komme, Laura umgekommen. Ja, das kommt mir halt for real auf. Wo war das Loch, Mann? Ey, unterschätzt Lisa nicht. Reuertru. 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 Der hat zuerst das letzte Mal gesagt, das war so ein Poster. Okay, das stimmt. Das habe ich ausgenutzt. Wirklich? Das ist wirklich... Du... Und Laura, sorry, dass ich dich gerippt habe. Ganz ehrlich, Laura... Es war für die Allgemeinheit. Laura würde wollen, dass Lisa gevotet wird. Haha, jetzt hört alles ausgepackt, Alter. Ja, oh, was habt ihr so gevotet? Ja, Lisa ist klar. Wir wollen ja niemanden beeinflussen, Ben. Ich bin ja unschlüssig. Hey, komm, sowas mache ich doch nie. Du kannst es safe sein. Aber Jo sagt, Jo sagt, Jo sagt, Jo, ja, moin. Jo, 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 Jo. Jonas ist es ja auch. Glaub mir einfach. Ich mache ein Blind Vote. Nein, bitte, glaub mir doch. Ich habe ein Blind Vote. Es rappelt in der... Ich habe ein Blind Vote. Krass, ey. Verdient, Lisa. Ich habe Jonas gevotet. Das schmeckt. Das war ein Blind Vote. Keine, keine Verantwortung. Ich trage... Oh, das wäre so krass gewesen, wenn es jetzt Gambo und Lisa gewesen wären. Boah, man scheppert echt heftig, ne? Aber man muss auch wirklich gut aimen. Wo müssen wir? Wir müssen... Ja, das Ding ist, bis ich hier Reaktor komme, ist die Runde... Ich hoffe... Eigentlich wäre es... Oh, das Logo. Okay. Der Logo war die ganze Zeit hier. Könnte sein, dass der mich halt auch töten will, ne? Weil der rennt... Oh, nein. Macht der jetzt so eine Tasche? Logo, hör auf mich zu buffen! Der macht eine Tasche! Ah, nee, der ist bei seiner Tasche. Äh, jetzt müssen wir da so rein. Oh, das war ein guter, das war ein guter. Und jetzt ein bisschen heftigerer. Jawohl, sehr schön. Wenn der jetzt auch hier reingeht, ist das safe. Ah, nee. Okay, 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 okay. Okay. Boom! Jawohl! Eins, zwei, jetzt schnell, schnell, bevor irgendwas gecallt wird. Oh, wichtig. Upper Engine direkt der Nächste, okay. Ja, aber der Imposter hat... Also es ist natürlich... Logos in den Camps. Imposter hat natürlich, äh, sehr, sehr schwer, Leute zu killen, ne? Aber er hat auch viel Zeit. Ding ist, von drei Toten haben wir zwei rausgevortet. Man lernt's aber tatsächlich, man wird schneller. Ich bin deutlich schneller als noch, äh, am Anfang. Boom. Sophia, kannst du mal abhauen, du, sag mal? Will die mich killen? Ja, Sophia! Haha! Tja, das Loch, äh, die Tasche trifft mich aber nicht. Geht das wieder weg mit einer Zeit, sag mal? Das ist so eine Tasche, jetzt seht ihr das auch mal. Aber er hat sich natürlich ein bisschen reingefehlt. Vielleicht werde ich mich mit maximaler Gewalt da drüber sch... Nee, wir machen keine Experten... Oder? Werde ich mich mit maximaler Gewalt da drüber schepper? Vielleicht überlebe ich ja dann. Oh, Elina! Hallo, Elina, siehst du mich? Ah. So, wir wissen, dass es Sophia ist. Das heißt, wir... Hey, so... Yo, Sophia, tschuldigung. Ob sie Jonas auch weiß? Oh, gebrochen. Ja, die kann jetzt halt mit einem... Mit einer Tasche... Nein! Nein, 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 nein! Oh, danke, Jonas! Jonas, Jonas hat mich so gesaverino'd... Nein, Jonas! Ich bin gebrochen! Boah, als Geist ist das viel chilliger, guckt mal. Als Geist kann man sich einfach durch die ganze Map schießen. Mann, Jonas hat mich zuerst gerettet, um mich dann zu killen, ey. Ich weiß, äh... Oh, bin es tot, bin es tot! Oh mein Gott, äh... Jonas und Sophia. Ja, Sophia. Jonas muss es doch wissen! Also, ich glaub, Sophia hat Ben gerippt. Jonas ist der andere Imposter. Ich wusste ganz schnell aus dem Kreis. Nein, das sind beides Imposter, deswegen hat Jonas die Schnauze grad... Oh mein Gott, oh nein, ich bin gebrochen. Die Analyse sind auch alle fertig. Ja, ich hab Soso auch schon bei der Runde davor, hab ich sie schon gesehen, wie sie ein Loch geplaced hat. Warum siehst du das jetzt auf einmal? Ist nichts zu diskutieren, komm. Wie, jetzt auf einmal? Warum siehst du das jetzt auf einmal? Jonas ist auch. Jonas und Sophia. Ich hab euch beide da gesehen, sie hat dich grad rausgehalten, sie hat dich grad gedeckt. Ich hab euch beide da gesehen. Jonas, du hast auch das Loch gesehen. Elina, vote erst zu vier, bitte. Ja, mach ich. Können wir bitte drüber reden, wie viel das Loch geplaced hat? Ich denke, wir wissen, wer es ist. Der, Phil, du hast grad zwei Löcher geplaced. Elina, vote bitte, Jonas. Und Logo auch, der so still ist. Da waren zwei. Also Logo, das musst du gesehen haben, da waren zwei Löcher. Ich hab das nicht, ich hab nur das Loch gesehen. Du warst nebendran. Du warst nebendran. Ich hab nicht gesehen, wer es geplaced hat, aber du warst vorne unten bei Ben. Er war schon mal am Anfang verdächtig wegen Lisa. Neue Runde, neues Glück, Leute. Wir Schabberino, bumm. So, äh, okay. Ja, das Ding ist, wo muss ich ihn hin? Mann, Jonas, hau da mal ab, ey, mit deinen Faxen. Oh, ich treff das, denke ich. Oh, gebrochen. Ich war fast da. Ich bin nicht mal in den Raum gekommen. Ich hab noch was, was ich in den anderen Meetings leider nicht geschafft habe, abzuspielen. I'm an international. I'm an international. Super Spar. Super Spar. Wann hab ich das denn gesungen? Da kann ich mich gar nicht erinnern. Können wir bitte alle Logo voten? International. 50 Euro an jeden, der Logo votet. Ich hab schon davor gewartet, ich krieg sie trotzdem. Nee, dann kriegst du sogar 100. Ich hab mich selbst gebeutet. Yes! Wann hab ich das denn gesungen? Ja, boah, als ob ich euch so leicht kaufen kann. Als ob ihr für 50 Euro kaufen wollt. Präsent, komm, aufgewertet. Warte, ich schick dir meine Paypal-E-Mail. Warte, das ist, äh... Am Prank. Wann hab ich das denn mal gesungen? Hä? Oder war das ein Fake? War das so eine AI, die dann für mich redet? Der ist mein Kollege eigentlich. Ich hab voll vergessen, wer mein Kollege ist. Junge Jonas, nervt doch nicht. Junge Jonas, die kann man so nerven. Gebrochen, Kammer. Wo platziert denn der das Loch jetzt? Ich hab gar nicht gedrückt. Ich muss Jonas da reinkicken. Jonas hat sich selbst reingekickt. Wir müssen schnell Jonas reinkicken. Nein, 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 nein. Ja, er kommt hier nicht durch. Ja. Nein, gebrochen, Sophia. Du musst das doch... Sophia, bist du blöde? Wieso... Sophia, du checkst das nicht. Du musst die Leute reinrammen. Jetzt schnell, schnell. Mann, Sophia hilft doch auch nicht. Es ist voll Kampf gegen Jonas. Ja, das war's. Wir sind tot. Mann, Sophia. Ramm ihn doch, Sophia. Kill dich. Du musst ihn killen. Ich bin so gebrochen. Ja, das war's. Wir sind tot. Ich kann ein neues noch machen. Ich kann ein neues noch machen. Achso, der erstellt das da, wo ich stehe. I understand. Ja, wir sind tot halt, ne? Jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 nein. Jetzt. Oh mein Gott, warum, oh nein? Ja, war das mal aus. Ja, Jonas hat mich, GG. Ben und oder Sophia. Bei Ben bin ich mir aber sehr sicher. Warum das denn jetzt? Ja, warum das denn wohl? Wir waren rechts unten bei... Ach, wie heißt das denn? Bei Shields. Und auf einmal taucht da ein Loch auf. Ich denke mir, ach du Kacke. Jetzt aber schnell weg hier. Und auf dem Weg nach draußen taucht hinter mir das nächste Loch auf. Da waren aber mehrere Leute. Ja, deswegen sage ich ja, Ben und oder Sophia. Und bei dir bin ich mir sicher. Ich habe das noch nicht erzeugt. Oh, ich dachte, du wärst du. Die Tasche. Ich habe es noch nicht. Okay, warum haben wir jetzt eigentlich mehrheitlich so viel gevotet, wenn der Hauptsatz auf Ben war? Ich habe Ben gevotet. Junge Lisa. Nur bei Jonas was sagt, muss das nicht so sein. Ben. Gab, wo war es? Ben. Ben ist es. Ben ist es. Ich hoffe sehr, euch hat die Billard-Episode gefallen. Es ist sehr untypisch, jetzt wieder laufen zu können. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao.